Jetzt sind wir gerade nach Wien unterwegs. Also genauer gesagt in der Mitte von Wien in Krems, also Kirchberg am Bagramm. Wir haben dort nämlich bei der Firma Gugarelli Rizzi, wo wir schon sehr lange den Service machen und den Server verbaut haben und auch schon Filmproduktion gemacht haben, dort eine Hausmesse und da dürfen wir heute ausstellen. Wir sind ja schon voll gespannt, aber wir wissen nicht, das ist unser erster Stand in die Richtung. Das haben wir noch nicht gemacht und ich hoffe, dass das die Zuschauer heute interessiert und dass auch viele mitmachen werden. Da ist jetzt die Frage, ob das funktionieren wird. Was denkst du, Raffi? Das wird auf jeden Fall funktionieren. Auf jeden Fall funktionieren, naja. Zuversichtlich fahren wir jetzt weiter. Schönes Racecar, wir gehen jetzt rauf zu unserem Messestand. Ihr seht da die anderen Messeteilnehmer. Ich bin schon sehr gespannt, ob das wirklich sein Team hat heute. Also das ist unser bestes Schild, live Baustelle. Hier geht's zum Filmstudio. So, super! Auslieferung fertig! Ja, also wir werden jetzt den Greenscreen gleich ausprobieren und live. Wir haben schon unseren ersten Probanden. Hallo? Jetzt tun sie mal so, als würden sie da irgendwas scheiß machen. Wir starten jetzt hier die Aufnahme. So, jetzt gehen wir runter, schauen wir uns die ganzen anderen Stände noch an. So, jetzt gehen wir runter, jetzt gehen wir runter, jetzt gehen wir runter. So, jetzt gehen wir runter. Liegt der Hubschrauber jetzt noch? Das heißt ja rechtzeitig. Ja, sonst der haut aus dem Pool runter. Oder wir haben. Ja, ja, ja. Jetzt bestellen wir sie jetzt auch für die Firma. Von Amazon. Ich glaube, wie schnell wir beim Kunden fahren. Ja, also ich bin da mit dem Geschäftsführer von Bairam. Bairam, wie hat der Messerstand von uns gefallen? Ich muss sagen, das habt ihr super gemacht. Wirklich toll aufgezogen, toll hergekommen. Und die Leute hier sind begeistert, was ihr gemacht habt. Und mir freut es natürlich auch sehr, dass das du so super hinkriegt hast. Natürlich war ich davon überzeugt, dass das du sicher auch super hinkriegst. Ja, wenn wir uns halt gehen, das passt dann immer. Nein, wirklich. Aber hat uns auch voll taugt. Höchster Respekt und Kompliment. Schön war es, fertig so wie man abbaut wird. Die Maschine wird bald wieder in Einsatz gebracht vom Installation. Und jetzt bauen wir ab. Aber wir haben eigentlich mal ein gutes Ergebnis gehabt. Wirkliche Musik. Ja, ich bin mal ein gutes Ergebnis. Vielen Dank.